Gestern habe ich 34 Euro verdient, ich habe mich total gefreut. Ich habe keinen Bock mehr Angestellter zu sein und ich will frei sein. Und mir fällt es super leicht, dir davon zu erzählen, wie du ein Business aufbaust, weil ich dafür brenne, anderen Menschen das beizubringen. Es gibt einen Markt dafür. Und ich will all diesen Luxus haben, den diese ganzen Selbstständigen haben. Ganz, 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 ganz wichtig. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Marc O'Giermann und ich bin Unternehmer aus Leidenschaft und ich liebe es, anderen Menschen beizubringen, wie sie ihr Unternehmen groß machen können. Und du wirst in dieser Reihe, es ist zum allerersten Mal, eine kleine Serie von Videos. In den drei Videos wirst du erfahren, wie du dein Business aufbauen kannst. Was sind die ersten Schritte? Und da geht es mir jetzt primär erstmal nicht darum, ich muss mein Gewerbe anmelden oder sowas, sondern was sind die ersten Basics, um wirklich dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit zu erschaffen. Wenn du sagst, ich will selbstständig werden, aber ich weiß noch nicht so richtig, was soll ich machen? Dann sind diese drei Videos für dich genau perfekt. Wenn du sagst, ich brauche Detailwissen, wie kann ich ein Gewerbe anmelden und so weiter und so fort, gibt es dazu natürlich auch ein Video. Da gehen wir so ein bisschen auf die rechtlichen Themen ein. Aber jetzt erstmal, was musst du denn machen, um wirklich in deinem Business erfolgreich zu werden? Heute in dem Video geht es ganz konkret darum, wie finde ich überhaupt das, was ich wirklich machen will. In den weiteren Videos geht es dann darum, wie kann ich das dann umsetzen. Aber heute geht es erstmal darum, wie finde ich das, was ich wirklich machen will und was meine Dienstleistung ist, die der Markt da draußen braucht, die der Kunde, die mir die Kunden quasi aus der Hand reißen. Ungefähr vor 13 Jahren habe ich ein Telefonat geführt mit einer jungen Frau und sie hat gesagt, irgendwann, wenn ich mal 40 bin, dann möchte ich gerne eine Hundeschule haben. Dann will ich Hunde erziehen. Und ich habe schon immer unsere Hunde so ganz toll erzogen. Und mir ist ganz, ganz besonders wichtig, dass vor allen Dingen diese Hunde eine Beziehung zu ihren Menschen haben. Und dass es nicht darum geht, einen Hund zu dressieren, sondern dass es darum geht, eine tolle Beziehung mit seinem Vierbeiner gemeinsam zu haben. Ein Jahr später ungefähr war diese Person meine Freundin und sie hatte immer noch diesen Wunsch. Und ich habe gesagt, scheiß drauf, lass uns diesen Wunsch einfach umsetzen. Und dann habe ich losgelegt mit ihr und ihrem Business, dazu später mehr. Was aber ganz, ganz, ganz besonders wichtig ist, ist, dass du für dich das findest, was dich antreibt. Wo du sagst, da geht zu 100% mein Herz auf. Bei dieser Person war es halt das, Tieren zu helfen und Tieren und Menschen eine tolle Verbindung zu geben. Und so, dass Tiere artgerecht aufwachsen können. Und dass Tiere nicht mehr in irgendeiner Art und Weise dressiert werden, unterdrückt werden, geschlagen werden oder sonst was. Und dafür ist ihr Herz zu 100% aufgegangen. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Dass du deinen Zweck der Existenz findest. Dass du weißt, warum bist du hier auf dieser Erde. Dass du dein Höheres kennst. Dass du dein Why kennst. Dass du weißt, warum. Mach ich denn die Dinge, die ich jeden Tag mache. Und wenn du daran denkst, was dein Business ist, dann muss dein Herz Luftsprünge machen. Du musst merken, wie dieses Feuer in dir brennt. Weil du kannst auch nur andere Menschen anzünden für deine Vision, für deine Idee, für dein Business. Wenn du selbst zu 100% dafür brennst. Und mir fällt es super leicht, dir davon zu erzählen, wie du ein Business aufbaust. Weil ich dafür brenne, anderen Menschen das beizubringen. Andere Menschen in die Größe zu bringen. Mein Ziel ist es, dass jeder einzelne meiner Coaching-Teilnehmer, meiner Mentoring-Teilnehmer besser wird als ich selbst. Also die erste Frage ist, warum willst du selbstständig werden? Willst du selbstständig werden, weil dein Job scheiße ist? Oder willst du selbstständig werden, weil du sagst, ich möchte etwas verändern? Wenn du selbstständig werden willst, weil du sagst, ich habe keinen Bock mehr Angestellter zu sein und ich will frei sein. Und ich will all diesen Luxus haben, den diese ganzen Selbstständigen haben. Ich will, so wie mag, viel reisen und trotzdem geil arbeiten können und so weiter und so fort. Dann ist das nicht die richtige Motivation, selbstständig zu werden. Die richtige Motivation, selbstständig zu werden, Unternehmer vor allen Dingen zu werden, ist, dass du sagst, es gibt da einen Punkt und den kann ich verändern. Da kann ich etwas zum Positiven verändern. Und die meisten Menschen machen meiner Meinung nach den Fehler, dass sie sagen, okay, was funktioniert gut und dann mache ich mich in dem Bereich selbstständig. Ich bin genervt von meinem Job, öh, total blöd. Und ich sehe da jemanden, der hat eine super erfolgreiche Hundeschule mit Angestellten und verdient total viel Geld, fährt ein tolles Auto und so weiter und so fort. Dann mache ich auch eine Hundeschule. Das Problem ist, es ist nicht deine Passion. Du brennst nicht so sehr für dieses Unternehmen wie die andere Person. Das heißt, du wirst niemals so erfolgreich werden. Und vor allen Dingen nicht in der Leichtigkeit so erfolgreich werden. Also das ist nämlich die absolute Basis, wie du ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kannst. Und das Video ist sehr, sehr ausführlich. Das wird dir hier jetzt gerade eingeblendet. Guck dir das auf jeden Fall an und finde als allererstes mal deinen Zweck der Existenz. Warum bist du auf dieser Welt? Und dann überlege dir, welche Dienstleistung kannst du anbieten, um diesem Zweck der Existenz gerecht zu werden. Weil die Herausforderung ist, wenn du wirklich in Leichtigkeit erfolgreich werden willst. Und es ist super einfach, in Leichtigkeit erfolgreich zu werden. Ich bin kein Mensch von denen, der sagt, du musst immer unendlich viel hasseln, um deinen Erfolg zu haben. Ich habe das lange geglaubt, stimmt aber nicht. Wenn du wirklich deiner Passion folgst, dann kannst du in Leichtigkeit erfolgreich werden. Das heißt nicht, dass du nicht arbeiten musst. Aber diese Arbeit fällt mir nicht schwer. Ich bin heute Morgen, ich stelle mir keinen Wecker. Lifehack. Ich stelle mir niemals einen Wecker. Ich werde wach, wenn ich wach werde. Und ich bin heute Morgen um halb acht wach geworden. Und dann habe ich angefangen, mit dem, was ich jeden Morgen mache, nämlich meine Zahlen zu kontrollieren. Ich habe die Zahlen von gestern kontrolliert. Also schreibt die halt alle so immer auf. Was habe ich an dem Tag verdient? Und dann freue ich mich einfach darüber, was ich verdient habe. Gestern habe ich 34 Euro verdient. Ich habe mich total gefreut über diese 34 Euro. Total wichtig. Dann habe ich angefangen zu überlegen, welchen Contentplan erstellen wir. Dann haben wir Videos gedreht. Und es wird jetzt hier noch eine ganze Weile weitergehen. Und ich habe dann wahrscheinlich heute am Ende des Tages zwölf, dreizehn Stunden gearbeitet. Aber es fällt mir leicht, weil es total geil ist. Weil ich den Menschen mag, mit dem ich zusammenarbeite, Props an Philipp an der Stelle, weil ich einfach das, was ich tue, liebe. Ich liebe es. Also ist es für mich keine Arbeit mehr. Und das meine ich damit. Das heißt nicht, dass du nur eine halbe Stunde am Tag irgendwie arbeitest. Sondern es geht darum, dass das, was du liebst, deine Arbeit ist. Und dann ist es einfach nicht mehr wie Arbeit. Also wichtigster erster Punkt. Was ist dein Zweck der Existenz? Und dann, welche Dienstleistung gibt es? Vielleicht gibt es die auch schon am Markt. Übrigens, wenn es das am Markt schon gibt, ist das nicht ein Grund dafür, es nicht zu tun. Sondern ein Grund dafür, es zu tun. Weil es funktioniert ja. Also es gibt scheinbar da draußen einen Markt dafür, dass Menschen Tipps zum... Also es gibt viele YouTube-Kanäle zum Thema, wie werde ich ein geiler Unternehmer? Also, und die gucken sich viele Leute an. Also macht das total viel Sinn, dass ich das auch mache. Weil ich mache das auf meine Art. Ich mache das vielleicht besser, vielleicht schlechter. Vielleicht gefällt es dir einfach nur besser. Und ich treffe genau deinen Nerv. Vielleicht aber auch nicht. Ist egal. Es gibt einen Markt dafür. Das heißt, ich kann mich an diesem Markt positionieren. Macht dir also keinen Kopf. Ganz, ganz wichtig. Macht dir keinen Kopf und sagt, ja okay, das mit den Hunden, das wäre total super. Aber es gibt ja jetzt schon diese erfolgreiche Hundeschule, dann kann ich das nicht machen. Doch, macht das und macht es genauso gut. Und der Markt wird groß genug sein für euch beide. Und ihr werdet all die Leute verdrängen, die einfach nur diesen Job machen, um viel Geld zu verdienen. Die in diesem Um zu sind. Und du tust es aus Liebe, aus Liebe zum Tier, aus Liebe zu dem, was dein Zweck der Existenz ist. Das heißt, überlege dir, welche Dienstleistung gibt es, die auf den Zweck der Existenz einzahlt. Mein Zweck der Existenz ist es, Menschen in ihre Größe zu bringen, Menschen zu inspirieren, Menschen dazu zu verhelfen, maximal groß zu werden. Und das hier gerade zahlt darauf ein. Also liebe ich es. Natürlich will ich auch mal vor 100.000 Menschen einen Vortrag halten. Warum? Weil ich dann 100.000 Menschen einen Impuls geben kann, in ihre Größe zu kommen. Und ich liebe das, das zu tun. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also erstens, Zweck der Existenz. Wenn du nicht weißt, wie, check das Video ab. Zweitens, finde raus, welche Dienstleistungen gibt es, die auf diesen Zweck der Existenz einzahlen. Und drittens, was kannst du vielleicht schon? Was kannst du vielleicht schon richtig, richtig, richtig gut? Was kannst du vielleicht noch nicht so gut und kannst dich darin aber noch entwickeln? Denn als wir damals losgelegt haben, und da kommen wir gleich auch im zweiten Video zu, wie wir so richtig losgelegt haben. Aber es war am Anfang so, dass diese Person keinerlei Ausbildung hatte. Aber unser Hund hat perfekt gehört. Alle Leute haben uns immer angesprochen und haben gesagt, boah, wie gut hört denn der Hund. Und das heißt, dass sie auf jeden Fall ja besser war, als ganz viele andere Leute, die ihren Hund erziehen wollten. Sie hatte keine Ausbildung in dem Bereich, nichts. Aber sie konnte ganz, ganz, ganz vielen Menschen helfen, weil deren Hunde haben an der Leine gezogen, sind nicht gekommen, wenn man sie gerufen hat. Die Leute haben nicht Sitz gemacht, was auch immer. Das heißt, da war ein ganz, ganz großes Kundenfeld von Menschen, wo sie schon helfen konnte, ohne dass sie jetzt die mega krasse Ausbildung hat und Wölfe beobachtet hat, was sie später alles gemacht hat. Da waren Menschen, die hatten kleine Probleme mit ihrem Hund und da konnte sie helfen, so alltagsmäßig. Und das ist ganz, 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 ganz besonders wichtig. Du kannst schon richtig, richtig viel. Guck dir an, wer ist dein Zielkunde und was kann der? Es gibt da so ein schönes Beispiel und zwar, da wird ein Vater gefragt von seinem Kind, drei Jahre alt, kannst du eigentlich malen, Papa? Und dann sagt der Vater, nö. Und dann sagt das Kind und zeigt so ein Bild aus dem Kindergarten, was ein Fünfjähriger gemalt hat. Da ist so eine Sonne drauf und ein Haus und ein Fahrrad. Und sagt dann, guck mal, dieses Bild, kannst du so eine Sonne malen? Und dann sagt der Vater, ja klar, so eine Sonne kann ich malen. Und dann zeigt er auf das Fahrrad und sagt, kannst du so ein Fahrrad malen? Dann sagt er, ja klar, so ein Fahrrad kann ich malen. Und dann zeigt er auf das Haus und sagt, kannst du so ein Haus malen? Und dann sagt er, ja klar, so ein Haus kann ich malen. Und denkt sich innerlich so, eigentlich kann ich das alles viel besser malen, weil das ist ziemlich, ja. Und dann sagt das Kind, ja, aber Papa, dann kannst du doch malen. Und das ist eine superschöne Geschichte, um sich klarzumachen, dass es da draußen Menschen gibt, für die du schon richtig, richtig viel kannst in dem Bereich. Also diese Hundetrainerin konnte für ganz, ganz viele Hundebesitzer schon richtig, richtig gut Hunde ausbilden, weil sie einige Dinge konnte, die die nicht konnten. Das heißt, überleg dir, welchen Zweck der Existenz, welche Dienstleistung und vor allen Dingen aber, was kann ich denn eigentlich schon in dem Bereich? Und was möchte ich mich vielleicht in diesem Bereich noch weiterentwickeln? Und wenn du das hast, dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt und da kommen wir so langsam ins Doing, da machen wir nämlich ein Product Market Fit. Ich finde es Wahnsinn, unendlich viele Produkte zu produzieren und dann sie zu verkaufen. Also ein Jahr lang Produktentwicklung und dann das Produkt verkaufen und gucken, ob es überhaupt einer haben will und dann will es keiner haben. Keiner braucht eine Hundeschule im Worst Case. Ja, das heißt, du hast eine Hundeschule aufgebaut mit allen möglichen Geräten, die du brauchst, 6.000 Quadratmeter Fläche und stellst schon mal drei Mitarbeiter ein und machst 20.000 Ausbildungen dazu, gibst hunderttausende Euro dafür aus und dann bist du am Markt und keiner braucht es. Weil alle sagen, nö, brauche ich einfach nicht. Und deswegen beschäftigen wir uns im nächsten Video mit dem Product Market Fit und wie kannst du dein erstes Produkt, deine erste Dienstleistung richtig schnell an den Markt bringen, ohne Geld zu investieren. Und bis hierher hast du übrigens auch noch kein Geld investiert. Das heißt, du hast genau bis zu diesem Zeitpunkt jetzt noch gar kein Geld investiert, sondern nur ein bisschen Zeit. Und im Übrigen, selbst wenn du nachher nicht selbstständig wirst, wenn du deinen Zweck der Existenz findest und einen Job machst, der deinem Zweck der Existenz entspricht, wirst du ein glückliches Leben führen und darum geht es ja am Ende des Tages. Das ist doch der Grund. Also warum willst du wirklich selbstständig werden? Willst du selbstständig werden, weil du dann die Verantwortung alleine trägst fürs Unternehmen und für dein Einkommen? Nein, du willst selbstständig werden, damit du frei bist, damit du glücklich sein kannst. Und dazu musst du auch in deiner Selbstständigkeit deinem Zweck der Existenz folgen und nicht irgendetwas tun, was erfolgreich ist. Was du bei anderen siehst, was erfolgreich ist. Also du möchtest gerne glücklich werden, du möchtest gerne frei sein, du möchtest gerne deinen Zweck der Existenz finden. Und die Basis dazu ist natürlich auch, dazu musst du auch ganz, ganz viel bei dir selbst arbeiten. Das heißt, Unternehmertum heißt für mich Persönlichkeitsentwicklung. Ich kenne keinen Unternehmer und ich habe mittlerweile über 600 begleitet und den einen oder anderen auch schon in einen siebenstelligen Bereich gebracht. Ich kenne keinen Unternehmer, der nicht sich dabei unfassbar krass auch in seiner Persönlichkeit entwickelt hat. Und das ist einer der Gründe, warum ich als flankierende Maßnahme das Evolution-Paket entwickelt habe. Das Evolution-Paket ist ein Paket, da sind 60 Online-Kurse drin zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Da sind unter anderem drei Online-Kurse drin, wie finde ich meine Berufung, wo es genau darum geht, wie findest du denn eigentlich wirklich deine Berufung. Und da geht es nicht darum, dass es so ein 20-Minuten-YouTube-Video ist und verstehe das nicht falsch, hier sind wertvolle Inhalte drin, tolle Impulse drin. Aber es sind Online-Kurse, die begleiten dich von A bis Z, so dass du wirklich diese Entwicklung machen kannst. Und das ist meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn du Unternehmer werden willst, dann musst du auch bereit sein, Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Wenn du Bock auf das Paket hast, ich verlinke dir das da unten nochmal. Ich weiß nicht, ob es gerade im Verkauf ist, es ist immer nur phasenweise im Verkauf. Trag dich einfach auf der Seite www.ichwillmehr.de ein, dann wirst du benachrichtigt, wenn es das nächste Mal gibt. Worum es mir aber wirklich geht, ist, du musst bereit sein, an dir zu arbeiten und selber zu wachsen und deine Persönlichkeitsentwicklung wachsen zu lassen. Und wenn du dazu bereit bist, dann wird es großartig und dann wirst du ein geiles Unternehmen am Ende des Tages führen. Und ich hoffe natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Ich gehe davon aus, sonst hättest du nicht bis jetzt hierher zugeguckt. Klicke gerne auf Abonnieren, auf die Glocke, schreib super, super gerne auch einen Kommentar hin. Für mich ist das ein super Feedback, neue Abonnenten zu bekommen. Ich gucke mir quasi immer an, wer abonniert meinen Kanal und gucke dann auch die Videos. Für mich ist das mega, mega mäßig wichtig. Wenn du dir ein bestimmtes Video wünschst zu irgendeinem Inhalt, kommentiere das einfach hier rein. Ich bin da froh, immer Impulse zu bekommen und neuen Content produzieren zu dürfen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im zweiten Video. Und da geht es dann darum, wie kommst du in die Umsetzung und wie mache ich eigentlich einen Product-Market-Fit. Tschüss, happy life. Tschüss. 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 12.